Uah, so, da hinten läuft immer... Und jetzt kann ich hier ganz runterspringen, um dann in dieses komische Loch reinzugehen, was diese Maschine gebohrt hat. Und dann kann ich was machen? Uah! Oh, Wasser. Warte mal, was war denn das da oben? Weil da oben hat es schon wieder so ein tolles... Oh, das sieht ein bisschen wertvoller aus. Schon wieder so ein lustiges Höllen... Oh, guck mal, Fische. Fischi, fischi, fischi. Ja, die sind nicht wirklich eine Bedrohung. Ich kann leider die Waffe unter Wasser nicht benutzen. Ach, da gibt es ja noch mehr Fische. War ja klar. Oder... Oh, wie viele Embleme gibt es denn hier? Tiefer Krieg. Hallo. Ich würde gerne tiefer. Man kann nicht einfach so sinken. Man muss immer in irgendeine Richtung schwimmen. Na, jetzt hier. Yay, Attefaktzodaten. Na gut, Attefaktzodaten ist nicht so doll. Ich hätte lieber... Mann, jetzt lass mich doch mal in die Ruhe, komische Fische. Das ist eh neuer Verderben, wenn er das macht. Ich hätte ja gerne mal eins von den besseren Attefakten, also... Was da oben halt zu sehen war, aber... So, das ist ganz schön groß, die Höhle hier. Ah, das sieht ja so nach... Akunde und Finde in den richtigen Gang aus. Das, wo ich ja so super darin bin. Hm. Hm. Wenn nicht, komm hier auch nicht mehr. Ne. Ja, ne? Ja, da oben. Also außer dieses eine Ding gibt es da nicht. Was sind das hier eigentlich für komische... Hm. Nun, jo. Dann gucken wir doch mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja irgendeinen sanften Hinweis, wie es denn doch mal weiter geht. Aber irgendwie sieht diese Höhle doch ganz schön in sich geschlossen aus. Habe ich zumindest das Gefühl. Boah, ich kriege dann Kumpfschmerzen hier von den Spielen. Aber es ist hier halbwegs so ruhig, nicht so laut wie in den... Wo die ganze Zeit dieses... Warte mal. Was sagt denn die Karte zu dem Thema? Die Karte sagt zu dem Thema, dass hier in dieser Richtung irgendwie... Irgendwie es weiter geht. Jetzt schwimmen wir hier mal ein bisschen hoch. Äh. So, jetzt hier. Na bitte. Warum habe ich das vorher nicht gesehen? Ne, jetzt hier. Oh, was ist jetzt hier los? Warum wackelt hier ja schon wieder alles? Ach, ey. Kann ich die jetzt eigentlich? Na toll. Die Pistole ist doch zu gar nichts. Zunutze, habe ich das Gefühl. Ne, kann sie auch nicht. Na gut. Ein bisschen bedauerlich eigentlich. Ne. Na gut, mal gucken, was der Tremorhandschuh zu diesem Thema sagt. Oh, ein zielbares Objekt. Ich ahne ja schon, was ich damit... Na gut, war noch nicht genug. Also sowas explodiert hier auch immer wieder. Das finde ich ja gar nicht gut. Boah. Reicht ja auch schon. Oh. Oh, das war nicht weit genug. Ah, ich wollte nicht voll aufladen. Na? War noch nicht. Na bitte. Jetzt. Also, ich weiß nicht so richtig, was mein Plan da ist, aber... Bin mir sicher, ich habe total den Superplan. Hm. Eigentlich bräuchte ich ja... Hä? Naja. Das ergibt... Also, das ergibt sich sicherlich noch von alleine, wie es weitergeht. Das da oben, das ist eher... Das ist anscheinend nur ein Extra. Warte mal, wenn ich das Extra haben will, dann müsste ich ja... Nein, ich müsste das funktionieren. Ich probiere es einfach mal. Was? Nicht? Mann. Okay, ich müsste eigentlich die Kiste da hinkriegen, aber... Am besten nicht greifen lassen, das wäre wunderbar. Kann ich die... Wie hier jetzt eigentlich... Warum sind die hier eigentlich Zeisende? Ach so. Ist ja hässlich. Na gut. Ne. So. Jetzt ganz schön... Es gibt ganz schön viele von diesen... Oh. Das ist... Ne. Ah. Ach so. Jetzt bin ich auch nicht explodiert davon. Geht auch. So. Warte mal. Moment mal. Ich brauche kurz... Nein. Ich hätte eins. Hä? Reicht das? Aber entkündigt tot ist das hier auch nicht, oder? Ne. Wovor kann ich das denn jetzt in dieser Ruhle hier machen? Was ist das denn? Ach so, hier gibt es schon wieder so einen Zeitteil. Ja und denn? Was kann ich jetzt in diesen Zeitteil hier machen, außer dass ich hier den ganzen Viecher vorbeirennen kann? Sehe ich jetzt noch nicht so ganz, wofür das gut sein soll. Ich meine, das sieht ganz witzig aus, wenn die hier alle versuchen runterzugreifen, aber... Hm. Gut, dass ich da war. Das ist da eigentlich schon wieder ein Vieh. Hm. Egal. Ein weiterer Lebensstein. Weeeey. Stück des Lebenssteins. Fett, was geht wieder mit der Kreuzding. Kann man da wieder andocken. Hier, auch nicht. Verstehe ich jetzt zwar nicht, aber egal. Ich ignoriere es einfach mal. Eins, zwei. Ne, es macht leider auch nicht das, was ich gehofft habe, was es macht. Und zwar mich hochziehen. Hm. Nun gut. Dann müssen wir jetzt mal kurz gucken, wie es jetzt weitergeht. Hm. Hö, 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 hö. Meine... Ach so. Ach so. Darf es das Zeit lang und den Dings an? Das hätte ich natürlich auch gleich sehen können. Natürlich ist es dafür da. Nein. Klar ist es dafür da, wofür es da ist. Das sehe ich jetzt erst. Düm, 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 düm. Das würde ja nicht reichen. Weeeey. Das sieht irgendwie schön aus. Na? Hä? 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 Ich habe doch richtig gesehen, dass es zweimal verschwunden ist. Warum? Ach, Mann, ey. Ja, natürlich greift es mich. Na? Natürlich. Wo ist er aber auch keinen Schaden gemacht? Jetzt. Oh, riecht mich nicht auf. Oh, jetzt. Jetzt. Versuch Nummer zwei. Vielleicht muss ich einfach näher ran rauf. Also, dass ich quasi direkt runter stehe. Vielleicht klappt das dann besser. Ich bin mal gespannt. Ich bleibe mal einfach genau hier stehen. Das sieht besser aus. Ah. Oh. Die schon wieder. Wenn die jetzt von diesen Dingern reinfressen. Das wäre schön. Aua. Seit wann machen die... Aua. Seit wann machen die Viecher Schaden? Ich gebe euch gleich... Ich gebe euch... Der aber aus Fresspap, wenn ihr so weiter labert. Und tschüss. Bringt ihr eigentlich Linkpunkte? Also die meiste Zeit kämpfe ich übrigens blind. Ja genau so unter so ein Ding rumfliegen kann. Kein Schaden nimmt. Und tschüss. Ah. Und tschüss. Ah. Was soll das denn nicht gerade... Ich habe mich gerade so komisch gedreht. Und werde das gemacht. Was ich nicht erst wieder attacken kann. Geht erst wieder. War hier nicht noch einer? Ne. Anscheinend nicht. Na gut. Dann kann ich ja weiter laufen. Kann das sein, dass der Blaue da vielleicht... Der... Der Ausgang ist? Also dass ich da gleich... Dass ich hier einmal rumlaufe. Irgendwas tolles hole und dann... Was bin ich hier schon wieder in der komischen Unterwasserhülle hier? Oder... Ne. Hier ist eine andere. Hier ist eine andere. Hier ist eine andere. Aber es hat ja wieder Fische ohne Ende. Und mehr Holzkonstrukte. Fragt mich aber ernsthaft, wo sie das ganze Holz herhaben eigentlich. Meine... Bis jetzt habe ich hier keinen besonders... Großartig lebenden Baum gesehen. Und so richtig mit starke Eiche war da auch nix. Dabei... Ich bin... Komme ich jetzt hier wieder raus oder was? Ich will ja gar nicht raus. Ich fahre hier doch weiter. Oder wo komme ich jetzt hier... Hallo? Oho? Ah, jetzt. Jetzt. Erstmal hat es dann noch eine Truhe. So was übersehe ich natürlich nicht. Truhen nehme ich immer mit. Die Sandwürmer. Okay, habe ich jetzt... In den Overlord gab es das auch mal. So eine... Sandwürmer. Da muss man immer ganz schön aufpassen, wenn man da in die Wüste rausgelaufen ist. Ah, die kommt man rein. Ne, die kommt man nur mit so einem Explosionskäfer. Konnte man den hinwerfen? Ne, halt. Man muss dafür immer einen Minion opfern. Genau. Man hat nämlich so einen Minion mit so einem Explosionskäfer in der Hand genommen. Hat den von nach vorne geschickt. Einzelnen. Oh, was ist das da? Der sieht sowieso groß aus. Ich habe nämlich schon... Ich denke... Ich habe gar kein Leben. Ich könnte ja auch mehr blocken. Aber ich kann es auch lassen. Ich könnte auch die ganze Zeit eine Attacke machen. Das funktioniert... Mein Schwierigkeitsgrad funktioniert. Das ist ja wunderbar. Ich habe eine Bezweiflung, wie das Krieg blieb hat. Ach, so eine Viecher. Die gibt es auch noch. Ja, gerne doch. Ich habe da sowieso die absolute Besieger-Taktik. Wah! Das ist mehr als einer. Okay, gut. Ich muss hier... Ich muss die Drucker ziehen. Das geht so nicht. Wie mehr als eins von diesen komischen Klingentänzerinnen da... Oder Banshees, wie ich sie genannt habe. Das ist immer ganz schwierig. Ah, ich... Ich glaube, einen habe ich Plattdown, aber die andere lebt halt noch. Und die kriege ich auch nicht mehr tot. Oh, die ist ja auch nicht nügendwo. Na gut, dann. Tschüss. Möchtet ihr vielleicht selber eingreifen? Ich hoffe, der Typ ist nicht so hart. Ich habe ja gerade den Joker gezogen. Das war mir natürlich bewusst, dass er um so einen großen... Aber das ist das so... Oh, nein. Oh, oh. Oh, das wollte ich nicht. Warte mal. Waren das hier? Ach ja, hier. Oh. Ne, Lebensstern oder was? Habe ich gerade mein ganzes Zorn schon wieder umgehauen? Mann, ich verschwende die Dinger immer. Oh, oh. Warte mal, wir könnten ja mal kurz den Joker hier ziehen. Halt das jetzt eigentlich alle Dinger? Das wirft leider... Den ganz großen wirft das leider nicht um. Das ist ein bisschen doof. Oh, warum habe ich jetzt auch immer das Horn in der Hand? Guck mal. Ey! Fällt mir gerade wieder ein, dass ich ja mal mehr blocken wollte. Vor langer Zeit mal. Warte. Oh, das funktioniert sogar. Aber das ist natürlich toll. Oh, der ist hinüber. Ey! Ey! Ah, ich hoffe doch. Ey! 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 Die können sich auch nicht beruhigen hier. Diese Viecher sind echt das Schlimmste, weil die halt eben so... Ey! Guck mal, kann ich die vielleicht? Na? Na? Ja, ich bitte. Wie, die weichen in meinen Angriffen aus? Und tschüss. Hat ganz schön viel Leben gekostet. Naja, aber das war's. Ah, das war jetzt nicht ganz so optimal. Aber, meine Ohren. Das ist doch einfach keine richtigen Headset für Kängurus gibt. Ja, 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 ja. Naja. Erregt mich halt ein bisschen auf, dass diese... Ich soll die Sense echt öfter ein. Ich glaub, ich hab die so extra viel gelevelt, die Sense, und jetzt benutze ich die nie. Ich kann mich zumindest daran erinnern, dass ich vor zwei Einkaufen mal relativ viel in Sensen-Zeug investiert hab. Wie spät ist das überhaupt? Oh. Ganz den Tag wieder verzockt. Weil das Problem liegt auch, dass die Sense auf der rechten Maustaste liegt. Die rechte Maustaste ist bei mir so ein Problemkind. Zumindest in den Rechner hier. Na? Naja. Man kann halt irgendwie nicht alles machen, was man mit der Sense machen kann. Also mit dem Schwert. Ja, so wenig Schaden macht die Sense ja echt nicht. Weil die ist ja schon ganz nützlich. Ich weiß nicht, es hat irgendwie... Oh! Achso, ich kann da gar nicht runterfallen. Die sah grad so aus. Ich könnte ja auch kombinieren und hier... Oh! Das ist auch nicht so los. Ah! Die ist natürlich nice. Ah, das ist wirklich ein... Oh, warum da? Ich sitze da jetzt immer so doll. Das... Das... Das Dämonen-Dings... Das Formen da. Jetzt los. Wie, kein Weg zurück. Musik aus. Ich find's ja auch sehr schön, wie er zuckt. Äh... Ja doch, wie er zuckt. Oh, dumm. Boom. Oh. So richtig viele Lebenspunkte sind das nicht, die die Viecher bringen. Wenn ich jetzt alle aufgemampft hätte, denn vielleicht. Aber so. So eher nicht so. Nein. Oh, das sieht hier irgendwie so nach Arena-Kampf aus. Ich mag keinen Arena-Kampf. Oh. 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 Und wie habe ich diesmal keinen Sicherungsnetz? Sondern von dieses... Hm. Oh. Ja. Das ist nicht so gut. Na, es geht aber. Ich meine, wenn das... Oh, das war jetzt vielleicht gar nicht so schlimm. Das kann jetzt, glaube ich, ganz gut wenden und mich greifen, oder? Oh. Oh. Ja, es wird. Da kann ich jetzt irgendwie wohin locken. Oh, okay. Ich hatte das Gefühl, dass da draufschießen nicht so die beste Lösung ist. Ob ich eigentlich direkt zu den Dingen her weitergelaufen? Also... Was bringt mir das? Wo will ich denn überhaupt hin? Also ich glaube, dass ich da hinten hin will. Zu diesem Tor da, aber... Oh. Oh. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ah, ich bin da jetzt dann tot. Uh. 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 Ah. Ich dachte, da wäre man ein bisschen nur so ein bisschen tot, wie wenn man... Wenn man halt so... So ein... So ein... So ein... Wo runtergefallen ist, aber... Und wenn der rum verschlingt, ist das irgendwie gar nicht so gut, habe ich das Gefühl. Oh, ich glaube, ich bin tot. Na gut, jetzt bin ich safe. Hm. Du bist doch gerade gar nicht so, wann der so... Der perfekte Moment ist, um hier irgendwo rüber zu laufen. Ich meine, wahrscheinlich dann, wenn das Ding irgendwie nur einen... Einen dummen Wenderadius hat. Ich meine, das Ding hat ja doch einen recht großen Wendekreis. Was ist denn das hier jetzt da? Also eigentlich direkt, wenn es auf meiner Höhe ist. Also jetzt ist das ein bisschen doof. Ähm. Immer noch ziemlich doof. Ja, wenn es direkt gerade auf mich zufliegen kann, dann ist es scheiße. Ähm. Jetzt ist gut. Genau! Natürlich, wie soll es denn die Wendung würde ich schon gemacht haben? Boah, das ist ja... Das ist ja niedend. Das ist ja ein wenig sehr hohl. Aber darf nicht mal in der Nähe von dem Vieh sein, alles klar. Ich hab mir noch gleich mal einer sagen können. Ich meine, hier? Das ist... Ich sollst mich da kriegen. Das ist klar, dass ich das nicht schaffe. Ich habe das Gefühl, dass es ein Fehler ist, hier oben zu laufen auf die Seite. Dass man einfach direkt zum Anderen sollte. Wo ist denn das Vieh jetzt? Da. Jetzt ist wieder... Nicht so cool. Jetzt ist gut. Da kann es ja unmöglich wenden, oder? Nö. Da steht ja das Ding davor. Das geht nicht. Gut. Aber wenn es da hinten ist, dann könnte ich mich von hinten greifen. Das ist ja auch irgendwie doof. Ähm. Hm. Tja, ne? Das fährt doch immer irgendwie gleich. Ah, komm. Versuchen wir es jetzt. Uh. Ne, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin definitiv tot. Und tschüss. Diese verdammten Riesenwürmer. Ja, Knarrrf. Na gut. Na gut.